Oh... Next! Hey, yo, Ash! Hm, hoffe ich auch. Ja, für mich auch. Katzen! Hey, Ash! Ah! Wir haben nicht mehr viele Items! Finde ich gut. Wir hatten so viele, wo ich da hier... letztes Mal hier rumgelaufen bin. Und alle durch bin. Hey, du? Ah, guck mal, ich kann mal wieder... Puda! Ja! Ja, geht doch! Und ich hab noch drei Aktivitätspunkte. Was machen wir denn damit? Jugendfrage. Ich glaube, einmal nehm ich am Turnier teil. Und ich bin dafür, dass wir nochmal in die Sauna gehen. Ha, 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 ha! Hey, you! Waren wir eigentlich schon da oben? Nein. Okay. Gut. Gut. Oh, ja. Okay, kenn ich mich. Okay. Ne? Ne? Bestimmt. So, hier, Quest. May I ask a favor of you? Ah, der Pokal des Weißen Raias. Ein Wettbewerb im herausragenden tänzerischen Können. Bitte ermutige deine Studenten zur Teilnahme. Aber falls du gewinnen willst, solltest du gut überlegen, wen du hinschickst. Der Pokal des Weißen Raias wird am Anfang der dritten Woche des Monats abgehalten. Wähle einen Studenten, der dein Haus vertreten soll. Womöglich lernt der Student dabei sogar, wie er andere im Kampf ermutigen kann. Uh, ich muss gewinnen. Der Tanzwettbewerb des Weißen Raias findet am Anfang der Woche 3 diesen Monat statt. Entscheide bis zum Ende von Woche 2, wer euch repräsentieren soll, um teilzunehmen. Okay. So, hier. Gehört ihr davon irgendwo? Ja. Gut. Ciao. Nein, da liegt ein neues Item. Nein. Unfertige Fabel. Eine noch nicht fertiggestellte Fabel für Kinder. Gehört vermutlich jemanden, der gerne Geschichten schreibt. Was denn? Ach der? Mhm. Mhm. Das weiß ich doch auch nicht. Er schreibt gerne Geschichten. Okay. So. Hätte ich nicht gedacht. So. Noch ein Item. Pappu. Pappu. Hey, wie geht's dir? Ach, frag bitte nicht. Oh, okay. Dann nehme ich die Frage zurück. Trinken! Okay, okay, okay. Warum finden die tollen Festivals nur alle 100 Jahre statt? Das weiß ich doch jetzt noch nicht. Sooo, Item. Aha. Unnotched. 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 Yay. Hup. Noch mehr Zeug losgeworden. Yay. Nein. Vor 995 Jahren waren wir alle noch junge Küken. Was? Ihr auch? Sauberes Staubtuch. Ein Staubtuch, das anscheinend noch nie benutzt wurde. Gehört vermutlich jemandem, der Saubermachen hasst. Kann ich nachvollziehen. Aber was muss, das muss, ne? Ich glaube das nicht. Was denn? Hm. 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 mehr motivation hey wir haben noch drei verlorene items aber wir müssen noch ein wenig rumlaufen ist ein Portemonnaie dabei? ne leider nicht habe ich nicht gefunden wollen wir es nicht eben noch weniger gespräche? oh Gott hi war doch unten fertig wierlich Annette als Repräsentantin unseres Hauses für den Pokal des Weißen Reihers aus? keine Ahnung warte mal nein hört doch von dir jetzt mittlerweile was? nein also Annette will schon mal freiwillig ich glaube ich schreibe mir das auf, wer freiwillig machen will so ich habe hier einen Zettel ich habe einen Stift ein Stift der gerade nicht schreibt jetzt schreibt er schreibt er schreibt er schreibt er schreibt er wir wollen reden du brauchst finden wer will wer will nicht bla bla so hi du hi 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 i li ich kenne noch nie Ich glaube, er will nicht. Er wird immer aggressiver. Okay, Dimitri will auf jeden Fall ganz dringend ganz vorne. Habe ich mir aufgeschrieben, ja? Ihr habt das doch auch so verstanden, dass Dimitri ganz, ganz dringend tanzen will, oder? Jo, auf zu Manuela! Hast du geschlafen? Ich wollte was besprechen. Hast du geschlafen? Wäre ich? Nein! Tierprobleme? Egal, ob er will oder nicht, er wird jetzt dazu verdonnert. Genau! Ach, das ist okay. Lange schlafen... Kann ich nachvollziehen. Also, lange schlafen ist immer gut. Äh... Weiß ich nicht? Will ich nicht wissen? Oh, ich... Oh, ich... What is my dressing robe belt caught on? I can't tie this properly... It's not even covering... Oh, Manuela... This will have to do. Also, ich kann dich hören. Ich kann dich hören. Äh, natürlich nicht. Anyway, I'll be just another moment. Patience, please. Hello! Sorry to have kept you waiting. So, what do you want? Mir hat ja etwas gedauert. Was hast du da drin getrieben? Nö, ich wollte nur Hallo sagen. I put a lot of time and effort into making it possible to talk with you, you know. Sorry. No, you've done nothing wrong. Let's just say I'm not having a good day. Actually, I didn't have a good night. Huh. Never mind. What did you want anyway? Wegen gestern Abend. Ich soll dir was von einem Ritter ausrichten. Was war gestern Abend? You heard from him? The fellow from last night? Huh. What did he have to say? Oh, das war der... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, wir sollten uns nicht mehr wiedersehen. Ja. Figuren. Kind of... Saw it coming actually. That's why I came back to my room and went to bed. To get over it. Thank you. For checking in on me. Was that all you wanted? Well then. Good night. Die Saftkuh nun eigentlich vorbei. Ja. Gestern war der letzte Tag. Und seit heute darf ich wieder halbwegs normal essen. Muss mich ja auch erstmal wieder dran gewöhnt. Gute Nacht. Warte mal. Hä? Die hat doch eben erst geschlafen. Unterstütz uns ein bisschen. Hup. Entschuldigung. Halbwegs? Ja. Also heute Morgen hatte ich zum Frühstück einen Obstsalat. Das war das erste feste Essen seit einer Woche. Also mein Magen hat sich gefreut. Der fand das nicht lustig. Der hat weh getan. Zum Mittag hatte ich Suppe und gerade eben hatte ich einen Salat. Awww. Hi. Ich wink gern zurück bei den Emotes. Haha. Hi. Du da. Impressive. Nice work. Ich bin zu dankbar für die Hilfe. Nun kann ich meinen Pflichten wieder wirklich nachkommen. Die Diener mögen meistens unsichtbar sein, aber wir sorgen im Hintergrund dafür, dass alles glatt läuft. Daher vielen Dank. War der Obstsalat Rans Müsli? Ja. Also Rana hatte Brötchen. Ich habe ein Brötchen gemacht und er hat mir einen Obstsalat gemacht. Ja. Ja bitte. Hi. Haben wir uns ja gerade eben nicht erst gesehen. Ja, okay. Gibt's was? Mhm. Mhm. Hat sie? Okay. Außer das letzte Mal irgendwo oben, wo er immer ist. In dem einen Raum. Soll ich ihm Bescheid sagen? Sollen wir ihn zusammensuchen? Komm, wir suchen zusammen. So kompliziert. Also er könnte einfach überall sein. Okay. Ach so, er könnte einfach überall sein. Okay. Ich werde es nicht mehr geben, denn es ist meine und ich werde es machen. Außerdem, wenn du mir helfen kannst, Lady Rhea könnte mir ein Hügel geben. Ich weiß nicht warum, aber Lady Rhea scheint dich zu lieben. Sie hat immer Angst, was du machen kannst. Sie hat immer Angst, was du machen kannst oder nicht. Ach so. Oh ja. Nicht, dass es überhaupt nicht so ist. Insofern, Lady Rhea fragt mich zu machen. Jaja. Falls ich dich dann finde, ja. Genau das. Richtig. Hey. I don't want to waste your time, Professor. So if you see said it, how about you tell him I was looking for him and then tell him all the places I'll be. Then he can spend this time looking for me instead of you. Yeah. That sounds like a good plan. A real good plan. Let's do that. See you later, Professor. He's done. Das war mesmer, really. Die! unterstützungsleveel mercedes wo soll ich das wissen Gut, Mercedes will noch, okay. Hört ihr das? Das da? Wollt ihr das? Nein? Okay. Macht Sinn. Wir haben bis jetzt zwei aus unserem Haus, die tanzen wollen. Juhu, Manuela. Nein, ist mir noch nicht aufgefallen. Welcher Ball? Oh, das war zu früh. Egal. Gut. Tschüss. So. Warum sind das nochmal so viele Gespräche? Da läuft mal einmal alle ab. Ach ja, jetzt übrigens, du darfst nochmal alle ablaufen. Pardon me. Oh, das war's. 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 Oh, das war's.